Guten Morgen, liebe Gruselfreunde, herzlich willkommen zur Halloween-Spezialausgabe von Moin Moin plus erste Informationen zum neuen Pen & Paper heute, hier, jetzt, gleich, mit, nach dem, also. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freu mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du bleibst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Oh, ist viel zu früh. Ach, guten Morgen, liebe Leute. Habt ihr euch schön durch die Nacht gegruselt, ihr kleinen Gruselmäuse, ihr kleinen Geisterwölfe, ihr kleinen Spukgesichter, ihr kleinen, leckeren, süßen, saftigen Lollis. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu diesem fantastischen Morgen, an dem wir uns gemeinsam versuchen, aus dem Bett zu rollen. Wir versuchen, unserer mittlerweile 20 Kilo schweren Bleidecke zu entkommen irgendwie, wo wir seit vier Tagen drunter gefangen sind. Nur die indischen Bestelllieferungen halten uns noch am Leben. Aber wir sagen heute, wir müssen raus. Ich kann mein Leben so nicht weiterleben. Diese Metalldecke war ein Fehler. Ich muss hier weg. Es funktioniert nicht. Und heute schafft ihr es. Heute schafft ihr es. Heute kommt ihr raus. Gestern war großer Feuerwehreinsatz hier bei mir. Schön bei mir in der Gegend, bei mir im Kiez. Aber es war ein merkwürdiger Anblick, weil es kamen drei Löschfahrzeuge. Also die krassen Dinger. Die großen Feuerwehrautos, groß und rot, kamen angefahren. Drei Stück, zwei Leitern. Ein Löschfahrzeug kamen angefahren, aber ohne Sirene. Also das war so ein, okay, wir brauchen fucking dringend alle drei Löschfahrzeuge. Aber langsam. Das ist schon 19 Uhr. Wir wollen jetzt nicht Leute hier aufwecken. Also kommt mal ran. Und die kamen ran. Und es war ein merkwürdiger Abend gestern. Es war tatsächlich ein bisschen gruselig. Und jetzt, rückblickend, da gibt es wesentlich mehr Sinn. Ich natürlich feiere Halloween, wie man Halloween feiert. Ich liege in der Badewanne und schaue Ghostbusters. Während ich in der Badewanne liege, schön klingelt jemand die ganze Zeit bei mir. Ich denke mir, Moment mal, ich hab hier schön meinen Reiter, mein indisches Essen ist schon da. Ah, da sollte niemand mehr klingeln. Klingelt die ganze Zeit. Ich denke mir, ich liege in der Badewanne. Ich stehe jetzt nicht auf. Klingelt aber wirklich Sturm so die ganze Zeit. Ich denke mir, mir egal. So, und dann bin ich irgendwann wieder draußen. Ist der Badewanne wieder Sturm geklingelt. Ich denke mir, okay, jetzt gehe ich ran. Niemand da. Hm. Scheinein mir, okay, bin ich der Opfer eines perfiden Penela-Streichs geworden? Eines Klingelstreichs? Hat da jemand Halloween-Tradition nicht so hundertprozentig verstanden? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Oder waren es wirklich Halloween-Sachen? Ich dachte mir so, in Großstädten, Hamburg oder so, da existiert sowas wie Halloween überhaupt gar nicht. Aber vielleicht hat da tatsächlich jemand geklingelt und ist dann vor lauter Angst weggerannt. Ich bin mir nicht hundertprozentig. So viel Angst vorm eigenen Kostüm. Kann oft passieren. Äh, auch an die Cosplayer da draußen. Leute, haltet euch zurück. Manchmal ist es wirklich, manchmal geht man auf so eine Cosplay-Party und Leute sagen, okay, sorry Leute, eure Alien-Kostüme sind zu krass. Ich krieg's grad mit der Angst zu tun. Lass uns morgen nochmal treffen. Und, ähm, kann sein. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben auf Trick or Treat Süßes oder Saures Tour. Ähm, ich war damals schon viel zu alt für Halloween Süßes oder Saures. Äh, als ich wirklich ein Kind-Kind war, gab's das irgendwie nicht. Und, äh, zumindest in Bayern, wo man versucht hat, sich noch die, die heidischen Kulte so vom Leib zu erwehren. Und, ähm, da gab's das St. Martins-Brot. Und das war das einzige Süße, was wir als Kinder im ganzen Jahr bekommen haben. Schöne Rosinen drin. Und, äh, dann sind wir losgezogen. Viel zu alt. Ich hatte nicht davon gewusst. Aber ich hab mir von so einem achtjährigen Mädchen erklären lassen, wie das Konzept funktioniert. Ja, wir gehen da hin, sagen Süß oder Saures und kriegen Süßigkeiten. Und da dachte ich mir, gut, ich bin vielleicht nicht mehr jung, aber ich bin übergewichtig. Das heißt, das ist eine Kombination, die ich durchaus hinkriege. Und, äh, bin losgezogen. Ohne Kostüm. Komplett ohne Kostüm. Nichts. Das ist, das ist so der Minimalkonsens, der zwischen Kindern und Erwachsenen an Halloween stattfindet. Zieh dir ein Kostüm an, ich krieg dir, ich geb dir ein Snickers. Das ist es. Das ist der Deal. Der seit Jahrhunderten, das haben die Kelten schon damals gemacht. Haben gesagt, ah, cool, zwei Stöcke an den Kopf gebunden, du bist ein Esel. Wunderbar, hier kriegst du ein KitKat. Damals hatten die nur KitKats. Und, ähm, nicht mal das hab ich hingekriegt. Nicht mal das hab ich hingekriegt. Und dann steh ich da komplett so wirklich mit diesem Kostüm. Gar kein Kostüm. Steh ich da und sag süßes oder saures. Und diese Erwachsenen, die vier Jahre älter waren als ich, haben mich angeguckt mit einem, äh, dann eben saures, mein Freund. Dann lass mal sehen, was du hast. Lächerlich. Es war so erbärmlich. Es war mir so unangenehm. Aber ich wurde eben in meiner Selbstschuld immer weiter in so eine Spirale reingedrückt, dass ich mich immer schlechter gefühlt hab, aber immer mehr Süßigkeiten hatte. Und ich glaube, das hat mein Ernährungsverhältnis tief geprägt, dieser Abend. Damals, im Oktober, ähm, als ich immer weiter mich in meine Scham reingefressen hab. Und immer mehr dachte, komm, ich krieg noch mehr, ich krieg noch mehr. Es war unangenehm. Irgendwann hab ich angefangen, mein T-Shirt so über den Kopf zu ziehen, ähm, um so halbwegs zumindest dem Erwachsenen zu zeigen, okay, er hat sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben, aber es war trotzdem extrem unangenehm. Unangenehm. Und, ähm, ja, seitdem, nachdem hab ich's nie wieder gemacht. Hab ich immer schön Snickers geklaut im Supermarkt. Aber gut, auch das sehr gruselig, Freunde. Und hab ich gestern schönen, schönen, ähm, klassischen Halloween-Abend. Sieht bei mir so aus. Äh, indisches Essen, muss sein, gehört für mich zu Halloween. Und an Adam's Family Ghostbusters Bett. Boom. Das war's. Da war noch ne Badewanne. Ähm, aber es war ein schöner Abend. Ich weiß nicht, wie läuft's bei euch? Habt ihr schön was? Zeigt mal euren, zeigt mal euren Süßigkeitenberg. Zeigt mal euren Süßigkeitenberg. Wenn ihr gestern was erobert habt, ähm, zeigt mal euren richtig, weil ich, ich kenn das nur so von Jimmy Kimmel oder so, wo es dann heißt, filme deine Kinder, wie du ihnen gesagt hast, dass du ihren Süßigkeitenberg gegessen hast. Großartig. Ähm, sehr böse, sehr sadistisch, aber auch sehr lustig. Wie das eben so oft so ist. Und daher kenn ich das nur, dass man dann als amerikanisches Kind dann so einen richtigen Süßigkeitenberg hat und dann so das sich einteilen muss und dann vielleicht noch die nächsten zwei Tage es noch überlebt. Eigentlich das Einzige, was am nächsten rankommt, ist Ostern. Ostern erinnere ich mich immer noch wahnsinnig viel Schokolade. Und dann hast du wirklich, und du kriegst von deiner Familie, kriegst du 17 Osterhasen geschenkt und dann kommt deine Mutter mit dem, ja, aber teilst dir ein bisschen ein. Übrigens, 17 Osterhasen, das ist dann ungefähr zweieinhalb Tage. Wir wissen beide, was passiert. Wir wissen beide, was passiert. Bis heute, wenn ich Schokolade rieche, denke ich an Ostern. Nicht an Schokolade, sondern ich denke an Ostern. Weil einfach, das ist so über zwei Tage so intensiv durch die Synapsen geballert. Wirklich, da hat sich die Schokolade bis hoch ins Gehirn gedrängt und hat sich da einfach so hingelegt, so ein neues Gehirnareal, einfach so ein Schokoareal. Und es hält bis heute an. Es hat mein Gehirn verändert. Haut mal was raus. Hier, uh, ah, das ist ja wieder so, wenn man in irgendwie Prenzlauer Berg in so einem Öko-Viertel wieder auf Süßes oder Saures geht, so Süßes oder Saures. Hier hast du ein paar Apfelecken. Und ein Roggenbrot. Unten kriegst du ein Tolino. Kannst du ein bisschen was lesen. Naffi Schuhe kannst du lesen. Und ein schönes, schönes Geroldsteiner Medium. Und die Kinder weinen und weinen und weinen. Weil sie nur ein Geroldsteiner Medium bekommen. Und jeder weiß, dass es naturell am besten ist. Ist doch klar, Leute. Ist doch logisch. Okay, hier ist er schon mal auf dem Weg. Ja, das ist ja, das funktioniert natürlich nicht so. Okay, okay. Aber zumindest auf dem Weg. Das will ich auch noch nicht hundertprozentig durchgehen lassen. Also da würde ich nicht mit meinen Smarties rausrücken, wenn so jemand bei mir auftauchen würde. Von daher bin ich noch kein Fan davon. Erzählst du was über die Spieler? Also, pass auf. In zwei Wochen findet das neue Pen & Paper statt mit mir. Und in zwei Wochen. Könnt ihr euch jetzt schon mal einhaken. Freitag in genau zwei Wochen. Wir haben den Countdown hier eingeblendet. In genau zwei Wochen geht's los mit dem neuen Pen & Paper. Und, ähm, ja, wie gesagt, heute kommt der erste Reveal des ersten Spielers, der ersten Spielerin, wer weiß. Genau. Heute bekommt ihr den Namen des Pen & Papers. Die erste Person, die mitspielt. Vielleicht doch ein paar neue Informationen dabei. Es ist sehr gespannt. Zwei Wochen ist gar nicht so lang, ehrlich gesagt. Dafür, dass ich noch einiges machen muss. Aber so ist es meistens. Ähm, das, so muss es eben sein. Und, ähm, das erfahrt ihr heute alles in unserem ersten Teaser, wo schon mal so ein bisschen, wo man so ein bisschen reinkommen kann. Wo man so ein bisschen reinkommen kann. Äh, machen wir gleich nach der Werbung, Leute. Machen wir gleich nach der Werbung. Ihr könnt noch ein bisschen spekulieren. Wir schauen gleich mal ins Forum rein, was da so spekuliert wird, ähm, wer es sein könnte von den ganzen, ähm, Spielern. Aber hier kommen noch neue Kostüme. Wunderbar, Kater H. zum Beispiel. Halloween als schöner Johannes vom Nerdquiz Cologne. Was? Nerdquiz Cologne? Ah, okay, cool. Die Kölner haben ihr eigenes Nerdquiz gemacht. Ähm, oder waren die vielleicht sogar schon vor dem offiziellen Nerdquiz dabei, 2016? Und die haben sich weiß verkleidet. Sehr schön. Sehr gut. Aber habt ihr Süßigkeiten bekommen? Wo sind die Süßigkeiten? Wo sind die Süßigkeiten? Oh, okay. Hier haben wir schon einen interessanten Tweet von PTO User. Das war mein süßes Moin Moin. Also, äh, wir wissen nicht so genau, was wird hier abgebildet. Was ist Contained Sensitive Material? Ist es nackte Haut? Sind es Drogen? Sind es abgehackte Körperteile? Pass auf. Wir schalten mal ganz kurz davon weg. Ich klicke drauf, Regie, Vorsicht. Ich klicke drauf, gucke mir an, was es ist und entscheide dann, ob es, nein, genau das nicht, ich entscheide dann, nein, ich entscheide dann, ob es für die sensiblen Augen unserer Zuschauer möglich ist, ja? Die gerade erst aufgestanden wollen, die jetzt nicht einfach hier so einen schönen Schwengel sehen wollen am Morgen. Und, Achtung, ich klicke drauf. Okay, okay. Okay. Seid ihr bereit? Achtung, ihr wurdet gewarnt, okay? Es ist, es ist intensiv. Sicher? Soll ich es zeigen? Ja, nee, du hast recht. Oder? Okay, aber mit einer Warnung, mit einer, mit einer Content-Sensitive-Warnung. Achtung. Vorsicht, also an alle. Alter. Das ist schon, das ist schon hart. Da schlägt der Twitter-Algorithmus zu. Also, das ist, aber das kann ich mir so ein bisschen vorstellen, wenn du in Bayern auf Süßes oder Saures gehst. Süßes oder Saures? Ja, kriegst du einen Schweißbrunkel. Servus. Liegst du da schöne Knigel? Äh, äh, Simi-Knigel. Erik hat sich auch verkleidet. Ähm, sehr schön. Ich dachte erst, das wären so, wären so Zacken, so, so, äh, Klauen gewesen. Ähm, aber niemand zeigt, es hat Süßigkeiten bekommen oder was. Verkleiden kann sich jeder so. Du musst auch auf Süßigkeitenjagd gehen. Schön, grilled French toast. Yaki ist noch woanders. Yaki ist noch woanders, aber wunderschönes Foto. So kann man jedes Foto aufwenden, ähm, indem man hier so einen kleinen Sonnenschein mit reintut, so die Gabel, Gabel, Schattenwurf ist auch immer ästhetisch sehr ansprechend. Immer schön hier. Das, das macht immer, macht Spaß mit den Zacken. Und natürlich der hungrige Instagramer, da kann er sich's nicht lassen, einmal reinzubeißen. Aber, guck mal, wenn du so einen Trost hast, dann beiß rein, Mensch. Wirf die Zivilisation ab. Zivilisation hat beim Frühstück nichts zu suchen. Da kommst du jetzt mit Messer und Gabel an, oder was? Messer und Gabel ist ein Verrat am Frühstück. Guten Morgen, Zack, hier lässt dich jemanden gut. Ist schön, die Schokokrossis, ein angefingertes Knoppers mit Zimt, Ramen, Zimtkaffee, Milchschnitte, Kinderpingui. Wow. Das ist mal ein Frühstück. Das ist mal ein Frühstück, vor allem die Burger-Patties mit Leberwurst und Schokokrossis. Nicht schlecht. Finde ich gut. Ähm, aber er hat schon mal ein bisschen an die Leberwurst genagt und er hat schon ein bisschen ans Knoppers gejagt. Aber das eigentlich, also das geht eigentlich nicht. Das geht nicht. Man kann nicht Milchschnitte und Kinderpingui gleichzeitig essen. Du musst eine Entscheidung treffen. Unsere Realität ist schon so angelegt, dass man sich schon entscheiden muss. Du kannst nicht gleichzeitig Pepsi und Cola trinken. Du kannst nicht irgendwie erst zum McDonald's gehen und dann zum Burger King. Du musst dich schon festlegen. Ich weiß, das ist hart. Die Entscheidung zwischen Milchschnitte und Kinderpingui ist hart. Aber du kannst nicht einfach sagen, ich esse beides. Das geht nicht. Wirklich, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Du musst dich festlegen. Oh, Ausbeute! Jenny S! Wow! Okay. Das sieht ja, das sieht nicht schlecht aus. Vor allem da gibt's dann so extra diese kleinen Packungen. Ey, Lachgummi Mini. Das ist ja mega geil. Wie heißt denn Lächelgummi? Schoko, Schoko-Bons dabei, bisschen Lakritze. Wunderbar. Jenny S. Nicht schlecht. Also bis jetzt die beste Ausbeute hier. Okay, sonst eher politisch engagiert, aber heute erst mal schön die Süßigkeiten reinwämsen. Aber Jenny, ne? Teilst dir ein bisschen ein, Jenny. Teilst dir ein bisschen ein. Nicht alles heute am Nachmittag. Nicht alles noch schon vor Game Two in sich reinballern hier und dann legst du da aparte Stahl im Süßigkeiten-Lirium. So geht's nicht, Jenny. Bitte. Bitte. Kinderkart ist so gut. Kennt ihr das? Pinsky 08. Ja, diese, diese, diese dünnen Waffeln. Ähm, die so waffelig und dann haben sie noch so einen Zwischenschritt, aber unten wieder Waffeln. Die sind eigentlich ganz geil. Dünne Waffeln, ähm, versuche ich auch für mich, ähm, wiederzuerkennen. Was auch ganz geil ist, manchmal gibt's so diese Waffeln, die man so benutzt für so Eisbecher. So, wo, wo man so eine Eisdiele in Eisbecher bekommt, dann kriegt man so eine längliche Rechteckwaffel und die kann man auch separat einzeln kaufen. Ich weiß nicht, für wen das gedacht ist. Wer wirklich sich solche elaborierten Eisbecher privat zu Hause macht, dass man da noch so ein Waffelding reinsteckt. Eis essen zu Hause alleine sieht folgendermaßen aus. Du holst dir schön zwei Riesenbecher Ben & Jerrys, sagst mir, die teile ich mir ein. Nur einen heute Abend. Schaufelst dir zweieinhalbtausend Kalorien rein, schaufelst dir rein und fingerst dann noch so den zweiten so ein bisschen an, bis du irgendwann ohnmächtig wirst und einschläfst und am Morgen wachst du auf und du hast das Ganze geschmolzen mit Ben & Jerrys Eis über deinem Kopf und über deinem kompletten Bett und dann denkst du dir, ich wälz mich da jetzt rum, ich will in meinem tut sich Kugelneis raus und macht dann noch Sahne drüber und Streuseln und so eine Waffel. Wo ich hin wollte eigentlich. Diese Waffeln alleine sind ganz geil, weil ganz dünne Waffeln, also nicht die mit Füllung, sondern die, wo wirklich, naja, es gibt ja zwei Arten von Waffeln, es gibt ja einmal die, die so eine Struktur haben, so ein Hüllensystem drauf und dann die, die eher so glatt sind. Also zum Beispiel die Kinder Bueno Waffel, die ist jetzt schwer zu sehen, weil da ist Schokolade drüber, aber das ist ja nicht so eine Zacken Waffel, sondern eher so eine Flachwaffel. Die gibt's auch separat, die sind richtig geil. Freunde, wir machen ein kleines bisschen Werbung, ihr holt euch, ihr steht jetzt mal auf, ihr steht jetzt erstmal auf, ihr steht auf, ihr geht jetzt mal kurz duschen, Zähne putzen in der Pause und dann kommen wir zurück und dann schauen wir in den ersten Pin-and-Paper-Teaser rein, bis gleich. Oh, hallo. Ich wollte dir meine Halloween-Errungenschaften teilen. Oh, wow. Ich will jetzt an Halloween singen und teile mit dir. Was hast du, was war dein Kostüm? Ich bin gegangen als Mensch. Das ist eine sehr weise Antwort, weil oft ist Menschsein ja auch nur ein Kostüm. Genau, das wollte ich dir vorbei. Einmal noch in die Kamera lachen für das Thumbnail? Warte. Nee, so können wir nicht verkaufen, das ist nichts. Hallo Leute, ich kann nicht wegen meiner Knie. Ich brauch nur das Thumbnail. Perfekt. Okay, ciao. Ja, okay. Wir sehen uns. Dankeschön. Wow, richtig gute Ausbeute. 11.15 Uhr out of words. Da hat aber schon jemand genatscht, oder? Ja, ja. Da hat schon jemand... Ey, das war nur jetzt für das Teasing. 11.15 Uhr out of words. Wir sind schon live. So, kleine, kleine Serviceleistung hier an der Stelle. Ab heute sind die neuen Emojis übrigens online. Wir haben sie uns ja schon angeschaut vor kurzem, aber jetzt sind sie alle da. Sie sind alle angekommen. Das sind die neuen Emojis, die es jetzt offiziell geben wird. Die haben wir schon intensiv besprochen. Ja, Horbiterarm, Horbiterbein, alles ist mittlerweile da. Unterhose gibt's jetzt auch, Knoblauch, Zwiebel, Waffel. Das ist genau die Waffel. So, diese... Ja, wie heißt denn diese Grubenwaffel, diese Lochwaffel? Aber die meine ich nicht. Es gibt auch eine Flachwaffel. Warte mal, was gibt... Hier, gibt noch eine schöne Flachwaffel. Nee, das ist ja wirklich ein Verrat an der Waffel. Auch die Flachwaffel ist so gedängelt. Guck mal, wir sind hier auf Waffellöser. Flachwaffeln oder Formwaffeln? Also das ist ja... Was ist das denn hier? Das sind ja abgefahrene Waffeln. Das sieht aus wie so... Wie so Audio-Dinger, wo man dann nichts mehr hört. Aber das ist ja geil. Da kann man dann seine eigenen Sachen reintun, oder was? Margarinenschale, Wiener Schale. Ach ja, man braucht ja manchmal auch Waffeln so für... Die werden ja so als Behälter benutzt, oder was? Das ist ja richtig... Da werde ich heute mal schön bestellen. Warte mal, was kostet so eine schöne Flachwaffel? Was kostet so eine ordentliche Flachwaffel? Gut, keine Preise, nur Bilder. Ist nur zum Anschauen da. Verdienen nicht so wahnsinnig viel Geld. So, wir gucken mal ganz kurz ins Forum rein. Da wurde schon so ein bisschen abgestimmt, wie es aussieht mit dem ersten Spiele. Wir kommen jetzt zum großen Highlight, zum Teaser. Und ich möchte ganz kurz eine Sache vorweg nehmen, bevor wir reingucken. Eine ganz kurze Ansprache an euch. Und zwar, wir haben das ja auch bei Tabor so gemacht und auch bei Animal Squad, dass so die Spieler Stück für Stück angekündigt werden. Und es gibt jetzt am Freitag, am Dienstag, am Freitag, am Dienstag die vier Spieler. Und dann am Freitag darauf ist dann das Pen & Paper. Also heute, Dienstag, in einer Woche, dann Dienstag und dann ist es heiß frei. Und es wurde schon viel spekuliert, wer hier alles dabei sein soll. Oh, wir sind als Sandro eingeloggt hier. Warte mal, ich weiß gar nicht, ob der den Pen & Paper Thread abonniert hat. Der liebe Herr Sandro. Oder ob der sich da wieder hier noch schön hier bei Game Talk reingeht. Hier, Creepjack. Warte mal. Das hätte man alles noch in der Werbung machen können. Da hab ich Apfel gegessen. Ähm, warte mal. Aktuell angesagt ist nicht. Warum ist es nicht angesagt? Warum sind die Threads zum Pen & Paper nicht angesagt? Ah, hier. So. Und, ähm, genau. Und, ähm, da freut es mich natürlich auch immer viel, dass hier viel spekuliert wird irgendwie, wer es sein könnte. Hier gab's schon Umfragen, wer es sein könnte. Und nur ganz kurz eine Bitte an euch. Ähm, jetzt in den nächsten Wochen wird das wie gesagt aufgeklärt und so, wer kommt. Und ihr könnt immer gerne spekulieren, wer es sein könnte und auf wen ihr euch freuen würde. Worum ich euch bitten würde, ähm, dass ihr nicht solche Sachen schreibt wie, hoffentlich wird's nicht ... Ich schau's mir an, solange nicht ... mitspielt. Weil, das find ich ziemlich scheiße, weil in der Regel das auch Leute betrifft, die überhaupt gar nichts mit dem Pen & Paper zu tun haben. Überhaupt nichts. Da sitzt dann irgendwie irgendjemand zu Hause und liest Kommentare über sich, obwohl er mit dem Pen & Paper gar nichts zu tun hat. Ich kann verstehen, dass man manche Leute lieber mag als andere, aber ich möchte auch einfach bitten, wenn ihr diese Spekulation macht, dann macht's nicht auf eine negative Weise und den will ich nicht sehen, die will ich nicht sehen, sondern eher positiv. So, ich glaub, dann haben alle da mehr Spaß drauf, weil es ist einfach verletzend für Leute, wenn man liest, ich will nicht, dass der oder die dabei ist. Vor allem, wenn man überhaupt gar nichts mit dem Projekt zu tun hat. Das kam leider bei Tabor sehr oft vor, dass Leute das geschrieben haben und dann die Leute lesen das natürlich. Deswegen, tut mir den Gefallen und lasst das und schreibt einfach nur positiv, auf wen ihr Bock hättet und auf wen ihr Lust hättet und welche Charakterzusammenstellungen gut funktionieren würde und welche Leute gut zusammenspielen könnten und so. Und ich glaub, dass es dann funktioniert, dass es insgesamt besser wäre. Guck mal rein, wie jetzt hier abgestimmt wurde. Hier, der wurde schon ein bisschen umgestimmt und Mara ist auf Platz Nummer 1 mit 56 Prozent, Miri, Fabian Kranie wurde auch oft gewählt, Gunnar natürlich, Chiara sehr oft, sehr oben, interessant, die war noch bei gar keinem Pen & Paper dabei, Lars Hauke dabei, Andreas, Katjana, Katjana auch mit dabei, wird, also viele, viele Namen wurden hier genannt. Ich kann euch schon mal einen Tipp geben, es gibt mindestens einen Spieler, der nicht in dieser Liste hier drin ist. Mindestens ein Spieler oder Spielerin nicht in dieser Liste hier drin sind. Und, ähm, deswegen wurde es, gab es noch eine zweite Liste von Sachen, von Leuten, die vielleicht auch noch dabei sein können. Wir gucken mal, wer hier da ist. Schöne Micha, Colin könnte dabei sein, Steffen, Andi Strauß, Sophia, Alvin, Krogi, Meller, Also auch hier, ähm, einige Namen genannt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, mindestens ein Name, der nicht ist. Können wir alle hier schön grüßen. Hallo im Forum. Moment. Komm nach ganz unten. Ich kenn mich doch aus hier im Forum. Äh, gut. So. Kommen wir nun also zur Ankündigung. In zwei Wochen, wir werden gleich den Hashtag erfahren und den ersten Namen und den ersten Charakter sehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich kann noch ein paar Fragen beantworten. aber ich bin sehr gespannt, ähm, wie ihr darauf reagieren würdet. Achtung, hier kommt er. Hier ist der erste Teaser für das neue Pen & Paper mit mir in zwei Wochen. Bitteschön. Hey! Der Chat hatte völlig recht. Der erste Spieler ist Mara. Mara spielt mit. Und, äh, wir haben schon einiges gesehen hier in diesem ersten Post. Der Name des Pen & Papers lautet Pangasius. Ja, völlig richtig. In zwei Wochen Hashtag Pangasius. Und, äh, die erste Spielerin ist, wie gesagt, Mara. Sie spielt Ivy Igloo. Und, ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wie, äh, was da noch, äh, kommt von euch auf. Was ihr euch noch freut weiterhin. Ich kann schon ein paar Sachen sagen. Wie gesagt, der Name ist Pangasius. Es wird in der Zukunft spielen. So viel kann ich schon mal dazu sagen. Es wird in der Zukunft spielen. Es wird vier Spieler insgesamt geben. Wie gesagt, Mara ist jetzt die erste. Und, ähm, wie gesagt, Dienstag kommt die nächste Ankündigung. Dann Freitag, dann Dienstag und dann geht's weiter. Ich bin sehr gespannt. Und ich freu mich sehr, dass, ähm, Ähm, Ah, Ivi wie Ivi. Äh, Ivi. Okay, Ivi. Okay, Mara ist im Chat und kann direkt korrigieren alles, was ich falsch mache. Und, ähm, ich würd sagen, ich würd sagen, wir gucken einfach nochmal rein. Weißt du, was schön war? Wir gucken einfach nochmal rein. Ja, sehr schön, sehr gelungen, äh, äh, gefällt mir sehr, ähm, als Ivi Iglu. Und, ja, die Community hat's erraten, die Community hat's erraten, Mara hatte die meisten Stimmen, ähm, bei der Umfrage, war auch schon bei Tabor dabei und, ähm, ja, ich freu mich, dass sie wieder mit dabei ist und es wird noch weitere Spieler geben, wie gesagt, die nächsten Wochen. Es wird in der Zukunft angelegt sein, dazu, äh, das schon mal gesagt und der Name Pangasius, ja, man weiß nicht genau, was, was steckt dahinter, was, was hat das alles damit zu tun? Und Ivi Iglu, get it? die Ivi. Okay, mach alles gut drauf im Chat, freut mich, ähm, ihr könnt gerne weiter diskutieren im Chat, wie's da aussieht. Ansonsten, ja, falls ihr Fragen habt, stellt ruhig, ich kann noch nicht alles verraten, aber, ähm, wir können mal gucken. Ähm, oh, da wurde, oh, das hast du aber, das hast du aber nicht beim, beim Süßen oder Sauren bekommen hier. Guck mal, er hat sogar so eine Kamera bekommen, das ist natürlich wieder, wenn du in Dubai unterwegs bist. Süß oder sauer ist hier, ne Kamera. Zack, schön, Fleisch, warum wird das nicht zensiert? Stracciatella-Kuchen, Choco-Pie, New York-Style, ein Schokokuchen mit Käsekuchen, Füllung? Also, das ist dann schon wirklich nicht schlecht. Ich, ich geb dir einen Kuchen in dem Kuchen. Was gebe ich, was, was, was machen wir als Füllung für diesen Kuchen? Komm, wir nehmen einen anderen Kuchen. Fuck it. So, mal gucken, was der Chat schreibt. Welches System verwendest du? Wie dein eigenes oder an Tabor oder Animal Squad angelegt? Es wird wahrscheinlich so ähnlich werden wie Animal Squad oder Tabor. Ich werde wieder das, ähm, mich auf das Savage World System basieren, weil ich finde, das klappt sehr gut, auch für die Kamera und es ist sehr einfach verständlich für die Zuschauer. Das wird's wieder sein, aber es wird natürlich wieder einige Sachen drumherum geben, weil es, ähm, ist ein, sag ich mal, spezielles Setting, wo man auch einzelne Sachen, ähm, anpassen kann und, ja, es ist noch nicht fertig, das Regelsystem, aber, ähm, zu großen Teilen, sag ich mal. Da wird, ich werd nicht viel improvisieren müssen, was die Regeln angeht, hoffe ich. Äh, wie lange ist das Pen & Paper ungefähr? Das steht noch gar nicht so genau fest und es kommt so ein bisschen drauf an, wie die Charaktere spielen, aber ich denke nicht, dass es ein solcher Wurm wird wie Animal Squad, sondern, äh, vielleicht ein bisschen knackiger. Hm. Kuchenquadrat. Stefan Titzler, der Non-Star-Gast. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht, man weiß es nicht ganz, man weiß es nicht genau, es kann alles sein. Gibt es tierische Begleiter? Sehr, sehr gute Frage hier von Lisa. Die fragt, gibt es tierische Begleiter? Und ich glaub, so viel kann ich spoilen und sagen, ja. Zeigt der Super Chat nur Twitch an? Nee, eigentlich ist es hier auf beides gestellt. Ich guck mal, was bei YouTube gerade los ist. In einer Welt, wo die Menschheit von Pangasius Fischen erobert worden ist, die letzten Menschen erheben sich für den finalen Kampf. Pangasius ist echt der lausigste Fisch. Die Meinung von Nail C. Kein Bock auf Pangasius. Ich muss doch, ich hab heute Morgen auch erstmal gegoogelt, äh, weil Nietzsche mir nicht geglaubt hat, dass Pangasius ein Fisch ist. Aber es ist tatsächlich so. Und ich mein, klar, wir haben hier bei RocketBinsTV die Prämisse, jeder Fisch ist schön, aber das ist schon ein wehder Fisch, muss man schon mal sagen. Das ist schon merkwürdig. Nein, ist ein toller Fisch, aber auch einfach so ein bisschen, ein bisschen viele Flossen, ehrlich gesagt. Und, ähm, also, ja, interessanter Fisch, vielleicht sind in dem Wikipedia-Artikel schon ein paar Hinweise versteckt. Ähm, der Name Pangasius kommt nämlich von Pankasiado und Hypothamasius, ist ein Süßwasserfisch. Der Haiwälse. Das ist ein Haiwälz oder Schlankwälse. Also immer diese wertenden Begriffe bei Tiernamen. Also es gibt die Fettwälse und die Schlankwälse, aber es gibt auch die Haiwälse. Interessant. Das ist ein Pangasius. Guck mal, das sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Hai, ne? Das sieht eher aus, so ein ganz winziger Kopfhörer. Guck mal, nur zwei Prozent des gesamten Körpers ist der Kopfbereich und hab dann einfach riesen Körper dahinter. Ähm, ich hab gestern auch ein bisschen, bin gestern, hab ich ein bisschen durch Wikipedia geklickt und da hab ich auch ein sehr schönes Tier gefunden, den ich euch vorstellen möchte und das ist der Fruchtvampir. Das ist, es ist der Fruchtvampir und nein, das ist kein Fruchtjoghurt für Kinder, sondern es ist diese fucking Ausgeburt der Hölle. Aber es ist wirklich so der süßeste Name und einfach das weirdeste Tier der Welt und wirklich so, und ich find, ich wär so gern dabei gewesen, wie diese Biologen dieses Tier finden und über Namen überlegen und so. Fledermaus, Flattermaus, Fruchtvampir. Ja, komm, Fruchtvampir, schreib's auf. Es ist ein Fruchtvampir. Auch als Fruchtfledermaus bezeichnet, eine Fledermausgruppe, die als Unterfamilie der Blattnassen, Blattnasen, Blattnasen? Mein Gott, Leute, jetzt geht's hier weiter, ey, wirklich, ich brauch mal eine Reform, das ist eine Blattnase. Es braucht mal eine Reform von Tiernamen, wirklich, irgendwann, das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Ich hab in den ganzen Skandal mitverfolgt, dass man nicht mehr Raubtier sagen soll, sondern Beutegreifer. Weil Raubtier einst du negativ belasteter Begriff wär. Deswegen sagt man in der modernen Biologie, der ich natürlich angehöre, nicht mehr Raubtier, sondern Beutegreifer. Ja, da machen sich die Leute Gedanken, aber es gibt immer noch einen fucking Fruchtvampir in unseren Urwäldern. Es gibt einen Fruchtvampir, gefunden von Gervais. Beschreibung. Kleine Weißschulter, Baumfledermaus, Kreisengesicht. Guck mal, das ist auch wirklich Kreisengesicht. Es gibt ein Tier, das heißt fucking Kreisengesicht. Da treffen sich zwei Tiere, der Löwe, der Tiger und das Kreisengesicht. Wenn das dein Artikel ist, wenn vor deinem Namen ein Das steht, hast du ein Problem. Da hast du ein fucking Problem. Schokoladenfruchtzwerg. Also Leute, jetzt wird's wirklich albern. Du kannst doch keinem Tier Schokoladenfruchtzwerg nennen. Ich mein, ein Influenmaus ist ein fucking Fruchtvampir. Immer noch diese Silbe, Frucht ist ein Problem, ganz ehrlich, auch was Dating angeht und so. Tinder ist schwierig, wenn du Frucht hast. Du wirst nicht ernst genommen, ich muss hier konkurrieren mit Fledermaus, ich muss konkurrieren mit irgendwie Hyperschallhydra oder sowas, aber ich heiß Fruchtzwerg. So, aber dann heißt du zumindest Fruchtvampir. Das ist immer noch cool. da kann man sich was tun. Oh, cool, Fruchtvampir. Aber wenn du Fruchtzwerg heißt, schwierig, und dann auch noch Schokoladenfruchtzwerg. Jesus Christ, ey, der tut mir echt leid. Schokoladenfruchtzwerg ist die einzige Art der Gattung als Unterfamilie der Fruchtvampire der Fledermäuse. Da kommt er immer wieder. Swipe mich nach links. Der Fledermäuse. Unterfamilie, Fruchtvampire. Guck mal, der hat nicht mal ein Bild. Der hat nicht mehr ein Bild. Da hat wahrscheinlich die PR-Abteilung eingegriffen und hat gesagt, Freunde, wenn der schon so heißt, lass zumindest irgendwie das Bild meines Mandanten aus dem Spiel raus hier. Das ist kein gutes Bild. Es gibt ja von den meisten Tieren keine guten Bilder. So ist klar, es gibt den Löwen, den Wallpaper irgendwie oder stolze Löwe oder so. Aber es gibt halt auch diese Bilder einfach und du einfach sagst, fucking ist mitten in der Nacht mitten aus dem Bett rausgekramt irgendwie, nicht gewaschen, nicht geduscht, einfach zähnig geputzt, irgendwie hier noch irgendwie schön noch irgendwie die halbe Sprite-Flasche umgekippt, während der aufgestanden ist. Der Fell ganz nass. Und das ist dann dein Bild auf Wikipedia für den Fruchtvampir. Warum heißt der Schokolade? Der Schokoladenfruchtzwerg ist schwanzlos. Durchschnittlich 60 Millimeter lang und 17 Gramm schwer. Ach nein. Generell ähnelt der Schokoladenfruchtzwerg sehr stark den kleinen Arten der Gattung eigentliche Fruchtvampir. Warum hat der Schokolade im Titel? Warum zur Hölle hat der Schokolade im Titel? Gibt's ne Erklärung? Fressfeine und Parasiten. Die einzige nachgeweisene Fressfeine sind Eulen. Das ist auch ein cooler Name. Eule. Eule. Ja, Eule. Ganz anders als Schokoladen-fucking-Fruchtvampir. Der Gattungsname bedeutet mit einem Speer bewaffnet und bezieht sich auf einen auffälligen, ab- und abstehenden Teil der blattartigen Hauptbildung mit Nase umgeben. Ähm, benannt den später als wenn die Einsertierung des Schokoladenfruchtzwergs durch die Autoren eigentlich die genaue Herkunft des ungewöhnlichen deutschen Namens Schokoladenfruchtzwerg ist nicht klar. Was ist da los? Biologie. Was ist da los? Welche Leute arbeiten für euch? Welche einfach irgendwie random Leute benennen eure Tiere und hauen dann ab oder was? Das kann's doch wirklich nicht sein. Die Herkunft ist unbekannt. Warte mal, gibt's haben wir einen Namen von einem Schokoladenfruchtzwerg? Ich mein, ich weiß schon was jetzt kommt aber wir suchen mal. Naja, okay. Oh. Das ist er? Das ist auch so klassischer klassisches teilst dir doch lieber ein Bild. einfach so. Er hatte drei von diesen Birnen zur Auswahl. Er nimmt die, die so groß ist wie seinen Kopf. Also der Typ gefällt mir schon mal. Aber es ist auch kein Schokoladenfruchtzwerg. Das ist wow. What? Das ist der Schokoladenfruchtzwerg? Das ist das fucking coolste Tier der Welt. What? Können wir das mal ein bisschen größer sehen hier? Okay. Alter. Das ist ja ein geiles Tier. Alter, das sieht aus wie ein Raumschiff. Das sieht aus wie so ein Dark Elder Raumschiff. Das ist der Schokoladenfruchtzwerg? Okay, vergiss es. Scheiß drauf. Der kriegt sowas von die Swipes ab. Egal wie er heißt. Hör auf, raus zu so Regie. Wir arbeiten hier zusammen. Alter, das ist ein Tier? Also jetzt bin ich wirklich beeindruckt. Also als ich den Namen Schokoladenfruchtzwerg gehört hab, hab ich mir nicht dieses Tier vorgestellt, um ganz ehrlich zu sein. Das ist ein fucking badass Tier. I'm gonna get your Schokolade. Ich mein, welcher Psychopath hat dieses Tier Schokoladenfruchtzwerg genannt. War da vielleicht so ein bisschen Neid mit drin? Bisschen Eilversucht? Bisschen Selbstzweifel? Gepaart mit Hunger? Kann es sein? Man weiß nicht, wo der Name herkommt. Alter, ich will so ein Tier haben. Das ist ja mega geil. Das ist ja mega gut. Vor allem, ich find's auch so gut, dass wenn du Schokoladenfruchtzwerg suchst, du automatisch auf Artikel kommst 10 der absurdesten Tierarten der Welt. Das ist somit das Schlechteste, was man bekommen kann, wenn man seinen eigenen Namen googelt. Ja, ich hab jetzt diese eine Frau kennengelernt auf Tinder irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, wir haben jetzt ein paar Mal geschrieben, sie will sich jetzt treffen. Ja, google mal ihren Namen. Und dann der erste Artikel, die 10 absurdesten Menschen der Welt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Fruchtvampir als tierischer Begleiter für Mara? Au, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das würde gut zu ihr passen. Schöner Fruchtvampir und dann einfach so, ja, der soll mal den Bösewicht suchen, fliegt weg, kommt nie wieder zurück. Genau wie ihr Steppenteufel oder was war das genau? Wird es ein Lava-Level geben? Ich sag mal nicht nein. Ich sag mal nicht nein. Hier könnt ihr auch nochmal das Ganze sehen. Ich like das nochmal. Wahrscheinlich bin ich auch wieder Sandro und ich bin Rocket Beans selber geliked. Die besten Tweets werden selber geliked. Wunderbar. Könnt ihr euch nochmal anschauen und schauen wir mal dabei. Okay, Mara sieht auf jeden Fall positiv beeindruckt aus hier vom Fruchtiger. Ne, nicht Fruchtiger. Frucht, ähm, Fruchtzwerg. Gibt es einen Fruchtiger eigentlich? Nee, ne? Also mal vor allem, das hab ich immer nie verstanden, weil das Wortspiel mit Fruchtiger ist ja, das ist Fruchtiger. Ne, also der Kooperativ von Fruchtig. Fruchtiger. Und deswegen Fruchtiger. Aber man schreibt's trotzdem mit Doppel-T. Wow! What? Das wär ne abgefahrene Seite. Als würden wir durch den Dschungel fahren. Mega gut. Kehrt in ne Kategorie Früchte, das Früchte-ABC. Apfel, Orange, Banane. Wow, 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 wow. Langsam, 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 langsam. Langsam. Wie heißt das Gelbe? Mal gucken wir hier, das ist hier ne Fledermaus, ne, das ist ein Schmetterding, der folgt meinem Cursor. Das ist die beste Website der Welt, ich will jetzt hier nicht Werbung für Fruchtiger machen. Es gibt auch gute andere Fruchtdrinks, wie zum Beispiel Punika oder ne leckere Apfelschorle oder Granini-Säfte, ihrem Tetra Pak, Kiba, Kirsch, Banane, Saft, gibt das alles. Jetzt erst das Ding mit Fruchtiger verstanden, danke RB. Allerdings, das ist mein einziges Ziel auf der Welt, ist es, der gesamte Menschheit darüber aufzuklären, dass Fruchtiger von Fruchtiger kommt. Vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hat die Marketingabteilung erst zwei Monate nach Erfolg gemerkt. Oh shit, wie Fruchtiger, Fruchtiger? Deswegen weiß ich nicht mehr genau, wie ich es schreiben soll. Ja. Süß. Süß. Ah, guck mal, ich wurde direkt schon umgelandet im Forum, das Forum ist so schnell. Das heißt direkt Pangasius. Warte mal, ich raff, wie komm ich denn hier nach ganz unten? Ja, ich weiß, da gibt's so einen Button, aber den hat Sandro wieder nicht aktiviert. Der feine Herr. Wie kommt man nach ganz unten? Ja, ich, da hab ich den... Ja, hier, aber wenn's ganz klein ist, nicht. Ah, okay, Mara ist schon hier aktiv. Sehr schön, Captain Eagle, die ersten Beams werden schon rausgeballert. Wunderbar, freut mich. So muss es sein. Phishing-Simulator. Ja, wer weiß. Wer weiß. Sehr gut, hier könnt ihr sehen. Finde ich sehr cool, auch wie sie blinzelt und so. Finde ich schon sehr interessant. Äh, wie gesagt, 15. November, Pre-Show ab 19 Uhr, dann natürlich Game 2. Und dann geht's los. Und, ja, wie gesagt, es wird noch drei weitere Spieler, Spielerinnen geben. Am Dienstag ist der nächste Reveal. So, ich hab noch ein Viertel Apfel hier übrig. Aber wirklich sehr, sehr enttäuschende Beute hier von der Moin-Moin-Community. Niemand hat Süßigkeiten bekommen an Halloween. Find ich schon ein bisschen enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hier, was ist da passiert? Ich mein, ihr habt Teller, legt aber euer Brot auf den Tisch. Was ist da los? Ist das eines dieser Bilder, wo man so verrückt wird, wenn man es lang genug anschaut? Ich mein, ja, hier ist ein Teller. Es ist nicht so schwer. Ah, hier hinten schön die kleinen Plastiktütchen. Da werden wir schön an Würfeln geschnüffelt da hinten wieder den ganzen Tag. Seh ich doch. Zwei verschiedene Gläser. Ah, da merkt man schon. Das ist ja irgendwie anscheinend ein Pärchenfrühstück. Da merkt man schon, da beuckelt es langsam. Wenn sie plötzlich andere Gläser will als man selbst. Da merkt man schon, na, weiß ich nicht, wird nichts mehr. Ich will jetzt nichts verfluchen bei euch. Und hier einfach mal, ist das ein Zitronenjoghurt? Interessant. Liebeskirche? Lieben? Lieber? Ach, ich verstehe. Ich kann nicht lesen. Tut mir leid. So schön Gurken legen. Hey, wunderbar. Sehr schön ausgeglichen. Sehr schön gleichmäßige Gürkchen. Wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schön. Ich hab auch wieder, ähm, ich hab Dillgurken probiert diese Woche. Haben mir nicht zugesagt, ehrlich gesagt. Ich bin so ein bisschen jetzt gerade auf der Suche nach den besten eingelegten Gurken der Welt. Aber, ähm, ich bin noch nicht so ganz fündig geworden, ehrlich gesagt. Weil natürlich bin ich zu faul, die selber zu machen. Habt ihr euch keine vor. Ähm, lügt euch ja nicht selber an, dass ich damals erzählt hab, ich mach jetzt irgendwie Schnellgurken. Mach ich nicht. Kaufen wir die, schieb mir die rein und dann lassen wir es auch. Ähm, ich wünsche euch noch einen ganz fantastischen Tag heute auf Rocket Beans TV. Da ganze Menge tolle Dinge passieren heute. Unter anderem, ähm, geht es jetzt direkt weiter mit Nils. Die Outer Worlds. Nils, Nils, Nils. Die Outer Worlds. Und danach, ähm, schau ich ein bisschen in die Warcraft 3 Reforged Beta rein. Japp. Wir haben einen Beta Key und ich werd eine Stunde lang schön mal ein bisschen reinzocken, was ich da verändert hab. Dann geht's natürlich Magic. Und um 17.30 Uhr noch Mini Motorways. Retro Club. Game 2. Fantastisch, heute Abend eine tolle Sendung, Jugendzimmer. Und danach schaut ihr euch einfach dieses Moin Moin einfach direkt nochmal an. Wunderbar, fantastisch. Es wird großartig. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Nils. Und ich würde mal sagen, ich werfe den Ball weiter zu Nils. Jetzt ganz viel Spaß mit Nils. Nils. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.